Das Highlight auf der diesjährigen SAK in Essen ist nach wie vor unser Kompaktwärmezähler Integral MK Ultramax. Dieser Ultraschaltzähler ist erstmalig und einzigartig, weil er in Messkapselausführungen gefertigt wurde. Hier können wir ihn einmal sehen, das neue Produkt. Dieser Zähler ersetzt zu 100% seinen Vorgänger, den Integral MK Max. Und in 2011 haben wir hier eine sehr erfolgreiche Marktanführung durchgeführt, sodass die Handwerker diesen Zähler inzwischen bei jedem Händler am Lager finden werden. Die größten Vorteile für das Handwerk liegen sicherlich in seiner großen Messdynamik dieses Zählers. Er kann durch diese große Messdynamik drei herkömmliche Flügelradzähler ersetzen.